Ich habe ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Das ist Gretchen. Hallo. Ich habe ein bisschen was anderes gezockt zwischendurch. Hätte ich nie machen sollen. Jetzt muss ich mich erstmal hier wieder irgendwie zurechtfinden. Ich gehe mal zu Dutch. Was haltet ihr davon? Wartet. Ich gucke. Ja, das schaffen wir. Da komme ich hin. Auf geht's. Okay, das war näher, als ich dachte. Hä? Okay, muss ich nicht verstehen. Ich gehe da hin. Lassen. Okay. Na dann. Ich gehe trotzdem zu Dutch. Hast jetzt davon. Hello. So, warum sind diese zwei noch hier? Older Freunde von Michael's. Sie sind wirklich sehr komfortabel. Wir brauchen gunnungen für was kommt. Cleet und Joe wissen, wie zu kämpfen. Es ist Glück, dass ich sie in den. Was ist passiert, Dutch? Was ist passiert mit uns? Was ist passiert mit dir? Du hast ihm ein Respekt. Entschuldigung. Mr. Vandalist. Mr. Morgan. Charm. They try to kill my people for oil. For oil. Today we ride once more. Ride with me, ride with us. Ride with us against the factory. I love your courage, son. It is a thing of great beauty. Stop. Everyone stop. Fallen der Regen, oder so. My son. My last son. Don't. When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother. Had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust. Yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than a fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy. Do not mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, Father. Don't. Run with me, Dad. Stop. So ungeil. Ah. Oh Gott. Please, Mr. Morgan. Hm, sterbeerle. Help me after we spoke. This is just a trap. My son, my people will all die. You help this fella, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? Hm. What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles. Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about? Who else? I will. And me. Me too. Oh, and me. Ah, das dicke Pferd. I guess. Wo ist es? Gibt ich eigentlich Gretchen? Ja. Ach. Weißen. Wir sind nicht so. Ich wollte doch Vögel schießen. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich, nein. Ach Mist, nee, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Es geht das ganze Spiel so weiter. Ja, ich weiß. Das ist ja nicht so geil. Oh, jetzt sollten wir mal unsere Knarre rausholen, Arthur. Guck mal witzig, unsere Nase leuchtet. Oh. 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 Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? We need to get the Eagle Flies, come on! Let's find Eagle Flies! Look out! Oh, wasser? Snippers on the tower up there! Bunch of cowards! We're gonna leave you in the back! Oh, stop it! Oh, no! We should go to the wall! We should go to the wall! We should go to the last hill! We're... I've had it, we're some fools! Ah! Let's have the Stash on the hill! Ah! Wasser after station 2? Ah! Das regimen ist ein Schöpfer! Ja! Nein, ich werde nicht mehr sehen! Na, tot. Idiot. Also, guck doch mal in die andere Richtung. Danke. This war is just beginning. This is our train, Roger. Let's move. Do that, folks. Here come Horrible. You're cowards. All of them. Shit. We're coming to my train. You bastard. You want a war? I think it's a war. Oh. How many of you... ... 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 Das regimen ist ein Schuss! Das ganze Ort ist zu gehen! Wir gehen! Ich werde dich töten! Das war ist gerade begonnen! Ich werde dich töten! Oh! Army Trey, look out! Bord! Black that coward, Satan! You sons of bitches! Just in time. Let's go, brothers! Ja, okay, das war vielleicht nicht der beste Move. Ah, wir sind hier so ein kleines bisschen exponiert. Komm schon! Ah, nein, ich bitte wieder nicht den Kontrollpunkt. Ach, das ist sehr ärgerlich. Ich kann also nicht einfach da durchrennen. Ich muss mehr zielen. Wieso habe ich denn nicht mein Zielgewehr mitgenommen? Let's find the others! We need to get in the factory pill! Oh! You sons of bitches! You sons of bitches! Kill sons of bitches! We're out of the fire! I don't even know what you're doing! Okay. Den habe ich jetzt einfach mal gelassen und gucken, ob er uns noch weh tut. Nö. down! Genau! Unter die justement ist ja nicht konzerern wie das ist! Ich weiß nicht nur die vollständigeclamationen. coat es so mit die weghths movies. Oh, man. Ich bin ich das. Ich bin zu langsam. Wir werden wieder sterben ohne mich. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Oh, oh, oh. Wo sind denn alle? Was machen wir jetzt? Wo sind alle? Ich blinder einfach mal in aller Ruhe. Ist da immer noch einer drin? Ja, Gott. Aha, jetzt. Naja, immerhin konnte ich ein bisschen was einsammeln. Hey, einer. Och, Arthur, ey. Spring doch mal da rein. Und nochmal. Ja, es ist herrlich. Was war denn noch die Klettertaste? Ja, es war ja klar. So, sterben die eigentlich nicht. Ist meine Knarre so schwach? Ah, ist besser. Ah, ist viel besser. Ich hab die mal gleich genommen. Ich weiß nicht. ilsات dwa. J allyes... Ich traie dich lifted. Also, du deserved zu töten. Wie viel wird es du dels? Oh, da! Das ist ein Armee-Train von mir! Ich weiß nicht, was du für哪igst..? Okay, ich verstehe. Die ist zwar ganz, ganz gut in der Durchschlagskraft, aber dafür zielt sie scheiße. Das ist echt schwierig, die zu zielen. Hau ab! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, ihr könnt euch mal einen Kaffee holen. Das dauert noch. Ach ja. Auf ein neues. Na, wenigstens kann ich sie jetzt quasi schon blind vom Dach schießen. Wieso stirbt der nicht? Das war's. ... mit einem neuen Sprechern. Die Knochen sind in der Nähe. Jetzt! Push-up! Shit, hold'em back! No! No troopers! Hier kommen vier. Drive'em back! Shit! Ich bin hier. Mehr company money! Let's go! You're nothing but much enough! Push up! It's just in time. Get rid of me! Get all these s... Get all these s... So, nicht links rum. Ja, die... Das Ziel-Ding ist nicht so gut bei dem, ne? Jetzt! Jetzt! Ach so, okay. Mal bei. Komm, Arthur. Jetzt aber schnell. Nicht wieder abhängen. Komm schon! Oh, fuck. Können wir jetzt bitte wenigstens hinter dem Zug rauskommen? Wer ist denn da schon wieder gestorben? Ich? Nein. Komm schon. Hinterm Zug, bitte. Nicht wieder abhängen. Juhu! Stirb! Hey. Das ist ja euer Ernst. So. Was denn jetzt schon wieder? Wer stirbt denn hier immer? Fehlgeschlagen. Pattaya ist gestorben. Hahahaha. Oh Mann, ey. Der soll sich nicht immer hinstellen, der Typ. Der stellt sich immer hin. Ja. Wirklich. Tja, Arthur. Meinst du, du ziehst auch noch mal ne Waffe heute? Oder? Ach, komm, komm! So Pattaya. Jetzt bleib mal echt nicht so Ohne Deckung und so. Was habe ich gemacht? Habe ich irgendjemand von uns erschossen? Das wollte ich nicht. Oh oh. Was ist denn? Wer ist denn? Verstehe ich gerade nicht. Wer ist er denn? Nein, ich will das jetzt nicht erschießen. So. Wer ist denn hier wer eigentlich? Und wieso trägt der einzige Indianer, der mein Freund ist, eine blaue Uniform? Jetzt mal im Ernst. Na, denkt sich denn sowas aus? Das ist die ganzen Bidgett! Sons of Bidgett! Take'em down! Come on! Drive'em back! All of you deserve to die! die jetzt habe ich irgendwie einen erschossen, der wichtig war oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein Gemützel, ey ja, ich kann jetzt nicht ich soll irgendwann mal zum Plündern kommen sollen wir denn sonst reich werden ich muss das mal googeln kann ich das zwischendurch machen jetzt oder feile ich jetzt gleich wieder weil ich zu langsam bin ich bin halt so ein Semmler, ne? ja, ja, ich komme gleich das war diese Sprüche, ne? warum jemanden habe ich erschossen? das war ich mich auch das war ich mir nicht Javier, du gehst und gehst bis ich alle meine Mänen ich werde nicht das war ich mich auch Ich habe keine Handlung von hier. Ich habe eine Pixel-Seela. Wir haben keine Probleme mit den Indianern. Also, wir verstehen, und wir sind fertig? Wir sind fast frei? Ja. Wenn wir richtig sind. Wir haben schweren Zeiten. Die schwersten Zeiten. Aber komm, nicht mehr mehr. Hm. Ach so, komm. Bisschen mehr als Schneckentempo. Ich habe ein bisschen Geld. Wie viel? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Was? Das ist es. Das ist St. Barns. Wie viel? Es ist ein paar Tausende Dollar. Vielleicht mehr. Oh. Wir sind näher da. Arthur. Wir sind näher da. Herr Morgan. Let's go home. Let's get out of here, Arthur. Warum habe ich das Gefühl, dass das keine... Kein Happy End nimmt mit Dutch? Oder mit Arthur. Arthur. Ich meine, Arthur stirbt an Tuberkulose. Dutch an... Tja. Rinderwahn. Jungs. Könnt ihr eigentlich auch noch irgendwas anderes als Schneckentempo? Ach, nein. Die lassen sich Zeit. Die sind gemütlich, die Jungs. Schleichen. Das Gebäude. Wir sind hier für dich. We're here for you. We're here for you. We're here for you. Get out there. Shoot him. Find him now. Come on. Ups. Wie stellst du dir das denn vor? Er ist gar nicht tot. Oh Gott. Dutch wird sterben. Wir sind einfach zu langsam. Aha. Was ist das? We got one. A white one. A white one. Achso. Ja, richtig. Die Indianer. Dutch. Ist nicht dein Ernst. Dutch hat uns gerade verlassen. Wow. Das hab ich nicht kommen sehen. Habt ihr das kommen sehen? Äh. Wer ist tot? Achso. Ja, da. Und der Indianer ist natürlich auch tot. Ah, du, du schulder Böse! Komm. Du hast mein Leben mehr als einmal geholfen. Wenn ich mir für dich bekomme. Es ist so, es sollte sein. Komm. Komm. Dutch in. Wir müssen gehen. Du. Du gehst weg. Oh, ich wusste nicht so etwas. Ich wusste nicht so etwas. Es ist nicht so dumm. Sie können hier zurückkommen. Wir haben es gemacht. Wir haben es gemacht. Wir haben ein bisschen Geld. Wir haben ein bisschen Geld. Und mit dem Flugzeug. Aber wir haben eine ganze Menge Geld. Aber wir haben eine ganze Menge Geld. Und wir haben eine ganze Menge Geld. Aber. Das ist alles gar nicht so. Aber ich habe gesagt. Ich habe das so. Und dann noch den Abwechsang. Dass ja schon mal. Und... Also, wir müssen uns wieder nach dem Camp. Und vorbereiten werden. Let's RIDE! Ich bin da zurück. Ich werde mit dir noch mal. Ich werde mit dir dabei. Und ich natürlich hier aufheir. Und so will ich. Nein. Passt mich hier raus. Hier wird nichts leichter. Geh'n gut, Arthur. All right, come on. Let's get him to Wapeete as fast as we can. Hm. Grazalax. Hold on, my friend. Our men. We must go back for the bodies. We will. Save your strength. My friend, I'm sorry. About this. About all of this. You have nothing to be sorry for. You know. Dutch. Dutchess. I guess my thinking is he used you. Wow. Hehehe. We're grown men. Nobody made us still anything. Maybe. They should never have gone this far. You've seen the situation on the reservation. Better to die fighting than sick and weak. This has shown some text. Maybe. But you. Your people deserve better. I'm pretty dang alive. Not really. All this death. And for what? Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? No. Super cool. There used to be some reason to. Lines that couldn't be crossed. We even helped some folk. Those lines. Been gone for some time now. The time has come for us to draw our own lines Arthur. Decide where we go from here. Well. I swear. Back there. Dutch just stood and watched. If it wasn't for eagle flies. I'd be. I know. I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be. Maybe. He's just become more who he really is. I don't know anymore. I just feel like a fool. That money. Those bonds. Whatever it is. I don't want a cent. There's too much blood on it. Let's just get this boy to his father. You're friend here. My friend. He's a brave man. Fearless. Always has been. This won't be in vain. We will try to round up more men from the north. Wherever we can. Many are ready to fight. No. This is over. For all of us. Hmm. Schauen wir mal. Bring him to me. Immerhin lebt er noch. Ein bisschen. Hmm. Nicht mehr lange. Ach, Mensch, ey. Ach, Mensch, ey. Pashan. What are they gonna do now? They must move. And fast. I'll stay and help them. I'll stay too. No, my friend. You have others who need you. Good people. I'm sorry, but we... We must pack and move. Wow. Das war echt... Krass. Was mach ich denn mit Arthur, wenn der mir so wegstirbt hier? Oh, Gretchen guckt. Guck. Armes Gretchen. Es wird ein Waisenpferd. Wer sind die denn? Geht weg. Hau ab. Hm. Hm. Und jetzt? Wo sind wir? Wer ist das? Was machen die mit Gretchen? Please. Drink. Drink this. Das sind die Deutschen. Sind das dieselben? Wer ist das? Ich will sie mir nicht. Wieso denken, Amerikaner? Sie haben uns gerettet, als wir wirklich Hilfe brauchten. Immer, dass Deutsche kein Engel sprechen können. Aber... Also doch, meine Deutschen. Guck mal, das ist Gretchen. Guck zum Fenster rein. Mensch Arthur ey, du siehst nicht gut aus, Gretchen. Puh, ich habe keinen Anteil bekommen, weil, warum eigentlich? Tja, ich habe doch auch mit Geil geholfen. Naja, egal, ich werde jetzt mal was essen, also Arthur. Geht jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Wer labert mich an? Okay, dann essen wir jetzt was, Arthur. Komm, mein Keks. Besser als nix. Hallo. Na Gretchen, du bist aber ganz schön dreckig. So, ihr Lieben, ich werde jetzt hier mal speichern und dann machen wir uns auf und gucken, was als nächstes kommt. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.